Du Fritzi, jetzt muss ich dich noch was anderes fragen. Ja, Frage. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Wir haben jetzt schon extrem viele Podcast-Folgen aufgenommen, oder? Wahnsinn. Du bist ja so eine Zahlenfrau. Weißt du, wie viele Folgen wir schon haben? 100. 100? Ich rufe die Welt verwundert. 100? Das ist eine Eins mit zwei Nullen, oder? Ja. Ich meine, das ist echt richtig viel, oder? Das ist viel. Ich meine, das sind zweieinhalb Jahre, oder? Ja, noch nicht ganz, aber fast, ja. Juli haben wir angefangen. Juli 2018 haben wir angefangen. Bist du deppert. Also du, nicht ich. Erhofft. Du Fritzi, was machen wir denn da? Ich meine, das müssen wir schon irgendwie feiern. Auch in Corona-Zeiten müssen wir das feiern, oder? Das feiern wir. Das feiern wir mit einer... Spezialfolge? Eine Spezialfolge, an der unsere Zuhörer auch Zuschauer sein können. Und auch Hörerinnen und Schauerinnen. Ach so, entschuldige, ja. Ja, also zum Jubiläum unserer 100. Folge werden wir eine Videoführung machen, weil wir uns ja leider momentan nicht so gut zu richtigen Führungen treffen können. Und wir laden euch ganz herzlich ein, dabei zu sein bei unserer 100. Jubiläumsfolge. Die wird Anfang Jänner stattfinden und da wird es um die Zukunft gehen. Oder, Fritzi? Um die Zukunft? Oder um die Vergangenheit? Ich habe mir gedacht, dass man so in die Sterne schaut. Wie wäre es? Ja, wir wären... Am Sternenhimmel und irgendwie... Das Leben ist ein einziger Kreislauf. Das stimmt, aber ich denke mir so, wir schauen in die Sterne, so was wie ein Horoskop. Was wird die Zukunft bringen? Kann man das schon irgendwie mit Wien verbinden, auch ein bisschen? Ja, ja. Kannst du dir nicht was überlegen? Ja, kann man. Darf es Vergangenheit sein? Ach, ist doch alles mit allem verbunden. Ja, ist alles mit allem verbunden. Okay, wir werden mal was ausdenken, gut? Also das heißt, liebe Leute, schreibt euch ein in unsere Newsletter, dann informieren wir euch über die genauen Daten unserer Jubiläumsfolge, der 100. Folge von Erzähl mir von Wien. Die eine wirklich besonders coole, super Folge sein wird. Ja, live. Es wird ein Live-Podcasting, oder? Genau. Ja, und wir werden euch durch Wien führen und es wird großartig. Wir freuen uns drauf. Gut. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Servus, liebe Leute. Wir sehen uns im Jahr 2021 und es wird grandios. Servus, liebe Leutinnen. Gerne. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.